Hallöchen Leute, der Spacetrip hier in Empirion, der geht jetzt weiter und wir waren hier auf dem Planeten fertig, können jetzt wieder abdampfen. Dann müssen wir wieder eine neue Teleporter-Station gleich erstmal auf den Weg bringen. Äh, warte mal. Ey, ich hab was vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch noch wisst. Naja, dann müssen wir nochmal zurück. Wenn ich mich hier hinterleportiere, dann brauche ich auch ein Raubschiff. Äh, platzieren wir dann auch schnell die Bosse. Oh, grüß ich, äh... Äh, warte, ich bin auf Vorwarten gegangen. Aufhören. Oh, ach ja. Und aus. So, jetzt haben wir's. Und da sind wir auch schon wieder einmal. Äh, Sternzerstörer doppelt da hinten rum. Ah, da kommt was Rotes. Na, den müssen wir so erstmal schnappen, dann hier, ne? Ah, nur gut 10 Kilometer weg. Oh, füri. Oh, füri. Hörde. So angry, Doctor, wenn ich jetzt weiter die neue Basis auf dem Weg, die bringen wir gleich. Ich will erstmal gucken was das da hinten ist. Achso, warte mal. Diesmal hab ich doch Strom sparen gemacht. Äh, ist das der da? Naja. Ja, da hinten so ein richtiger Friedhof. Na, ne, ich wollte grad sagen, hat schon angehalten. Hä? Ettenbura R5. Sagt mir auch gar nix. Sieht aber jetzt gleich so klein aus, oder? Scheint aber auch nur Transporter zu sein, weil er schießt überhaupt nicht. Ah doch, jetzt. Also kannst du nicht schießen weg hier. Ah doch. Ah. Ah, die so ne hohe Reichweite. Das ist doch wunderbar. Ha, ha. Können wir schön Raketen schießen, ich krieg' selber nix ab. Da sind wir schwer zu nah dran. Aber naja, der ist eben auch cool, kann man schön ausreichen. Na ja, der ist doch alles an. Also, das macht kaputt ja der Ding. Ne, wollte ich nicht sagen, die Ledertürme sollen aber mal weg sein. Ich glaube, der Generator ist schon weg. So, das Ding bewegt sich nämlich nicht mehr. Und ich wollte nicht zu viel wieder kaputt machen. Oh, dieses ganze Heck hab' ich weggeschossen. Wah, wah, wah. Da schießt er noch. Kann ja, der Generator noch nicht wechseln. Na ja, ja. Der Generator muss noch da sein, aber dann machen wir jetzt die Waffen aus. Wenn ich ihn nur noch auf den Generator schießt. Äh, hier irgendeine kleine Kanone von ihm schießt auf mich. Na ja, da unten scheint der Generator zu sitzen. Na ja, und da hat er wahrscheinlich noch einen. Ah, der ist wohl weg. Da ist doch grad das Licht ausgegangen, würde ich. Ah, jetzt scheinen wir was zu haben. Ach, fahr mal an die Überkisten rum. Ah, das Schiff hat doch angehalten. Labe doch nicht, ey. Ah, warte mal. Äh, diesmal soll ich mir mein Kern mitnehmen. Das sieht gar nicht so klein aus. Und aus dem Wollten wir ja sowieso eine Besen noch auf dem Weg bringen. Ja, äh, scheiße, er muss hier aber alles abbrechen. Und nachher war halt Kern. Und zwar, kann's mal gleich 20 machen. So, danach darf's aber mit Raketen weitermachen. Wer auch so viele wahrscheinlich gar nicht machen kann. Äh, er hat da und da und da und da und da. Ja, hier haben wir Stahlblöcke. Äh, hab ich auch Beton? Ne, ne? Muss ich eigentlich hier drüben mal machen. Da würde ich sie auch mal alles abbrechen. Äh, Quatsch, Blöcke. Und mach's mal ein bisschen Beton hier für mich. Danach, äh, was ist mit Kohlenstoff, Alter? So, wir brauchen, äh, Kohlenstoff. Äh, 20 davon. Äh, was haben wir noch? Äh, Kupfer, Silizium, Kumalt, Silizium. Das ist ein... Und die Betonglöcke werden nicht schlecht. Ich lasse es schon fertig. Naja, 27. Für ich erst mal das andere Aufkanz noch ein bisschen produzieren. Der, äh, ist die neue Teleportation. Da, äh, Kupfer, 80. Äh, Kupfer, 80. Hammer. erledigt kohlenstoff 65 naja 70 die zum fast gar nichts ankommen das können wir einzeln greifen weiter neodym 205 eisenhof fast nichts das machen wir auch so da brauchen wir nur noch gesteinsmehl also die blöcke aber da können wir eh nicht viel reinpacken da heb ich mir die auf fülle ich jetzt mit gesteinsmehl ach ne das habe ich wahrscheinlich auch nicht haben wir das noch irgendwie doch on mass genau so ein bisschen mehr drauf gekackt so zack die ist wieder unterwegs gott so ein bisschen was raus hier ganz kurz vorbei ist ja gleich hier ein bisschen frittiertes Gemüse wenn ich lösen die alle über die Kiste oben irgendwie ist Alien material Alien-Organismus Ja, jede Menge Äh, dicht, dicht Den haben wir noch nicht, ne Äh, was war das hier? Gespuggler oder was? Äh, nur diese besonderen Sachen hier Wo warst du futtern? Oh, da geht's weiter, ne Da dümpeln noch ein paar Kisten rum Da würd ich schon mal sagen, dann gehen wir mal rein So, der sieht auch ganz schick aus Oh, hier wird aber richtig viel Heile gelassen, ey Das ist aber schön, ey Ah, hier hinten Heck, fliegen auch noch ein paar Kisten rum Äh, weiter, ne So, da gibt's denn hier das erste Loot Da ist noch ein Kisten Ey, die hab ich auch noch nicht, ne Ja, alle Kisten schon weggeballert Da ist noch eine Äh, es ist so nicht richtig rum So rum, äh So, wir sind gleich voll Ah, scheinen noch irgendwo hell ins rum zu laufen Ah, darf ich nicht durch Äh, bestimmt auch nicht durch, ne Ach, da ist noch Ne, wir müssen den Kern finden Ah, da müssen wir gleich ablegen Ah, da müssen wir gleich ablegen Ah, da müssen wir gleich ablegen Aber die Küche haben wir noch geschafft, ne Da ist nichts Alter What the fuck an Kisten ist das hier, Alter Das ist ja brutal Das ist ja brutal Gab's der noch mal So, das war der letzte Platz Alter Da ist doch auf jeden Fall doch Feinde Äh, warte mal, wir müssen daheim Ah, da müssen wir noch ein bisschen aufpassen So, ab in die Logistik So, äh, kon 1 Was ist da passiert? Ach, das Jetpack aus Äh, Selbstzerstörungsmechanismus Oder was Äh, es sieht so aus, ne Ist weg Äh, warte mal Also, mir wird hier aber noch ein roter Punkt da gezeigt Hm, na egal, erstmal weiter ablegen Äh, was können wir denn hier für den Content-Punkt Ach ne, das hier Das hier Das hier Ich glaub das war's, ne So, Kühlschrank Input Wasser Äh, mehr Lösung Das Käse Misch Ja, es dürfte es auch hier gewesen sein Ähm, Output Tüch, 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 tüch Äh, da gibt ja ein Riegel essen hier Ach komm hier, nur Sauerstoff packen wir hier auch mit rein Das auch Rest ist wieder für unsere Special-Kiste Äh, also Hier sind Drogen und so'n Scheiß Äh, immer noch ein Teil Ach Mist, Wasserstoff, hätt ich auch noch ablegen müssen Ach ne, Lootbox 3 sind die Waffen Ja, äh, dann haben wir das weg Äh, dicht, ist es weg, oder was Ne, da ist er doch Hä Hä Ach so Ja, ja, wenn ich hier aus dem Fenster geguckt habe, kann ich's da oben nicht sehen Ja, jetzt aufpassen Was hat den da eben geschossen? Hinten war ja alles toti Ach so, äh, wir sind wieder falsch rum Äh, äh, kann man nicht weiter Äh, da geht's nur über die Treppe hier, ne? Da sind RCS Äh, jetzt sind die Kisten alle weg Sind die explodiert? Äh, ja, so viele Äh, das ist nicht so Futter Äh, das ist nicht so Futter Äh, das ist nicht so Futter Kisten, ey Der zieht mittel geklaut Die hatten wir schon Äh, wieder jede Menge Kühlschrecke Äh, das ist das Schiff, was wir schon mal hatten Ich glaube, ja Ich glaube, ja Nein, immer diese Transporte überfällt, ey Du brauchst ja kein Futter, ey Na, da drüben haben wir alles Ja, ja, das ist dasselbe Schiff Ja, jetzt gibt's hier dieses ganze Alien-Zeugs Äh, gespannt, wo man das dann verkaufen kann Äh, so viel jetzt mittlerweile davon habe, dass er so viel wert ist Äh, komm ich an die Noten hier ran Tja, die Wesen schon fetsch So, das haben wir Die Küsten hier noch Oh. Exactly Äh, das ist покупbar Ach, klar 200 � Ich habe noch keinen da unten. Habe jemand den Kern gesehen? Das ist noch nicht. Habe ich eigentlich die hier unten drunter? Nee, die habe ich noch nicht. Wo war der jetzt bei dem Scheißding nochmal der Kern? Warum habe ich die eigentlich? Nein, hier war doch nicht. Ah, da ist er doch. Doch, ist er. Gibt es auch noch was? Überall gibt es hier was? Da drüben gibt es auch noch was? Da drüben gibt es auch noch was? Ist sogar alles schon offen für uns. Wunderbar. What? Das ist jetzt unser Schiff. Hm, einen Lootcontainer habe ich noch nicht entdeckt. Aber wer weiß, vielleicht waren das diese ganzen zerschossenen Kisten. Ja, die haben wir alle schon. Äh... Ich glaube das war's. Hier unten ist ja dann auch gleich der Boden, ne? Ja... Da ist jetzt übrigens ein Turm, falls ihr das gerade gesehen habt. Da bei dem Eingang. So, da haben wir wieder dieses Alien-Material. Kühlmittel. Äh... Kerne können wieder raus. Da kommst du mal wieder da hin. Äh... Das hat aber für hier nichts. Also hier fasst alles Kühlschrank. Input. Käse. Äh, warte mal Salami. Da kann man wohl irgendwie auch was draus machen, ne? Äh... Da muss ich den Handgun-Ammo. Da muss ich den Handgun-Ammo. Äh... Und noch in Output rein. Da können wir gleich mal... ein Steak uns gönnen. Und dann, äh... Geht's mal los mit dem Auseinanderbauen. So, dann würd ich sagen. Ich mach euch hier wieder einen Cut. Und wenn ich's auseinandergebaut habe, dann geht das hier genau weiter. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. So, alles gelootet. Alles abgebaut. Das waren jetzt... 24 Düsen... Mittel... Eine große Düse... Äh... Paar Raketentürme. Paar Lasertürme. Im Groben und Ganzen hab ich jetzt aber... Äh... So gelassen. Ich hab jetzt eigentlich großartig Blöcke abgebaut. Wie ihr hier auch noch sehen könnt. Das... War mir zu aufwendig. So, dann können wir, äh... Weiterfliegen. Ein bisschen raus hier. So, jetzt hier die beiden Felder noch mitnehmen. Und dann ab zum Gasriesen. So, Ziel erfasst. Der oben links irgendwo. Und rüber. So, das düppelt hier so rum. Oh, das ist schon ein ganz ruhiges System zu sein. Aber mit vielen Asteroiden. Und was gibt hier für Asteroiden? Kupfer, Magnesium, Promethium, Erestrum sogar. Das ist nicht schlecht. Und wie gesagt, hier bin wir voll unsere Ruhe. Das ist, äh... Über acht Kilometer. Und du... Du bist so weit vorm Schuss. Den nehmen wir doch dann gleich als erstes mit. Und da ist es auch schon wieder soweit. Die Folge ist zu Ende. Wie wir hier die Asteroiden looten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis denen. Und ciao.